Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit über zwei Monaten führt Wladimir Putin einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Täglich sehen wir das Leid, das Putin und seine Vasallen über die Menschen im Land bringen, gezielte Tötung von Zivilisten, die Bombardierung von Krankenhäusern, von Schulen, von Kindergärten. Wladimir Putin trägt die Verantwortung für diesen Krieg. Er wird als Kriegsverbrecher in die Geschichte eingehen, und wir werden alles daran setzen, dass er vor den zuständigen Gerichten dieser Welt für diesen brutalen Krieg zur Verantwortung bezieht. Es ist gut, dass wir heute hier im Parlament ein eindeutiges, ein unmissverständliches Signal aus der Mitte des Deutschen Bundestages setzen. Putin muss diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beenden. Wir stehen an der Seite derjenigen, die mutig und tapfer in der Ukraine kämpfen. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Das machen wir mit diesem gemeinsamen Antrag deutlich. Herr Merz, mir war wichtig, diesen Punkt am Anfang meiner Rede zu nennen. Bei Ihnen hat es fünf Minuten gedauert, bis Sie zum ersten Mal etwas zum Krieg und zum Leiden der Menschen in der Ukraine gesagt haben. Ich habe hier eigentlich auf meinem Zettel draufstehen, Dank an die Union. Herr Merz, und ich muss Ihnen das in aller Emotionalität auch sagen, das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist aber eine parteipolitische Rede geworden. Sie haben zu Ihren eigenen Leuten gesprochen. Ich will Ihnen sagen, Herr Merz, ich bin dankbar dafür, dass wir einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht haben, ein Dank an die vier Fraktionen und die Vorsitzenden. Aber hier ist kein Platz für parteipolitische Profilierung. Und ich will das, Herr Merz, ich will das aus meiner eigenen Geschichte beschreiben. Ich bin 2009 in dieses Parlament gekommen. Die SPD ist damals in die Opposition gegangen. Das war schwierig für uns, weil wir lange regiert haben. Wir haben eine schwarz-gelbe Regierung erlebt, die nicht immer harmonisch war. Und trotzdem haben wir als SPD damals bei den großen internationalen Fragen, die abgestimmt wurden, nach dem Prinzip gehandelt, erst das Land, dann die Partei. Erinnern Sie sich, erinnern Sie sich, Herr Merz, erinnern Sie sich an das Karfreitagsgefecht, das erste Mal, dass deutsche Soldaten im Ausland gefallen sind. Trotzdem hat die SPD am Afghanistan-Mandat festgehalten, hat das klare Bekenntnis zur Bundeswehr abgegeben. Erinnern Sie sich an die großen Debatten über die Schutzschirme für Griechenland, für Spanien, der Euro-Rettungsschirmen. Wir hätten uns das einfach machen können, aber wir haben damals nie gegen die Regierung gestimmt. Lieber Herr Merz, und ich habe mir Sorgen gemacht die letzten Tage um die Union, als Sie kritisiert haben, als Sie kritisiert haben, als Sie kritisiert haben, dass Olaf Scholz nach Japan fährt, dass Olaf Scholz sich mit einem der wichtigsten westlichen Verbündeten trifft. Da habe ich mich gefragt, was ist nur aus der Union von Angela Merkel geworden? Was passiert da gerade in der Union? Lieber Herr Merz, diejenigen, die am Antrag mitgeschrieben haben, die haben nach dem Prinzip gehandelt, erst das Land, dann die Partei. Ich hätte mir gewünscht, dass diejenigen, die ihre Rede geschrieben haben, auch nach diesem Grundsatz, die Rede aufgeschrieben haben. Aber zur Sache, und ich will ein paar Sätze zu diesem Antrag auch sagen, weil es mir wirklich wichtig ist. Dieser Antrag stützt das Handeln der Bundesregierung. Diese Regierung handelt, sie liefert, sie führt. Und ich will das an dieser Stelle auch sagen, weil Antragsberatungen auch ein Moment sind, wo man mal Danke sagen kann. Die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung haben Entscheidungen zu treffen von einer Reichweite für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, von einer Tragweite, die über Leben und Tod geht. Es sind Entscheidungen, die man sich nicht einfach macht in der Regierung. Und ich will stellvertretend hier Nancy Faeser, Christian Lindner, Annalena Baerbock, Christine Lambrecht, Robert Habeck und vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz danken für das, was wir in den letzten Wochen an guter Führung durch die Bundesregierung gemeinsam erlebt haben. Und weil ich in den letzten Tagen ja viel auch an Bewertungen der Bundesregierung gelesen habe. Übrigens, ich empfehle mal die aktuelle Ausgabe der Time. Da kriegt man mal einen Überblick, auch wie Deutschlands Rolle in der Welt gesehen wird. Lassen Sie uns mal auf die Fakten schauen. Fakt 1. Deutschland hat mit den Partnern Sanktionen vorbereitet und setzt diese massiv durch. Selten gab es ein so großes, umfassendes Sanktionspaket wie jetzt gegen Russland. Russland wird ökonomisch abgekoppelt von den internationalen Märkten und wird das über einen langen Zeitraum bitter zu spüren bekommen, was die Konsequenzen dieser Sanktionen sind. Fakt 2. Deutschland reduziert die Abhängigkeit von russischem Gas und russischem Öl. Und das tun wir in einem größeren Tempo, als es im Koalitionsvertrag schon angelegt war. Und ich bin dankbar dafür, dass wir das gemeinsam jetzt in aller Entschiedenheit auch täglich tun. Fakt Nummer 3 ist, dass wir eingebettet in die internationale Kooperation agieren. Der Westen war lange nicht mehr so geeint und so stark wie jetzt. Die NATO, die Europäische Union. Und ich sage hier auch, da müssen wir was draus machen. Wir können nicht nur zusammenkommen, weil Putin uns treibt, sondern wir brauchen jetzt eine transatlantische Agenda für die Zukunft. Wir brauchen jetzt eine starke Europäische Union. Das ist ein Geschenk, was da ist. Aber es ist das Handeln der Bundesregierung. Und ja, Deutschland liefert Waffen. Diese Bundesregierung hat mit einem Prinzip gebrochen, das über Jahrzehnte in Deutschland galt. Wir liefern seit dem Beginn des Krieges. Und wir sind jeden Tag einen Schritt weitergegangen in der Qualität, in der Quantität dessen, was wir tun. Aber wir hatten auch hier Prinzipien. Und in dieser Kontinuität stehen noch die Entscheidungen der letzten Tage. Wir haben gesagt, wir stimmen uns ab mit den internationalen Partnern. Wir haben gesagt, wir gefährden nicht die eigene Landes- und Bündnisverteidigung. Und wir haben gesagt, dass wir selbst nicht zur Kriegspartei werden. Alles das tut die Bundesregierung. Und ich bin dankbar dafür. Und das ist mein letzter Punkt, den ich ansprechen will. Ich bin dankbar dafür, dass wir eine Regierung haben, die weiß, dass sie konsequent und schnell entscheiden muss. Die aber nicht, Herr Merz, so wie das manchmal bei Ihnen der Eindruck ist, morgens aufwacht und überlegt, was können wir heute tun. Gerade in diesen Zeiten, gerade in Zeiten von Leben und Tod, von Krieg und Frieden geht es darum, dass man Grundüberzeugung und Prinzipien hat und die auch in einer Zeitenwende nicht über den Haufen wirft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz aller parteipolitischer Differenzen will ich das hier am Ende noch mal betonen. Es ist richtig und wichtig, dass es hier aus der Mitte des Parlaments ein klares Signal an Wladimir Putin, ein klares Signal an die Menschen in der Ukraine gibt, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte als Deutscher Bundestag stehen. Aber ich sage Ihnen auch, ein Kleingeist und eine Kleinkariertheit, wie sie manches Mal gerade erlebt wird in der politischen Debatte, das bringt uns nicht weiter. Wir haben schwierige Entscheidungen vor uns, beispielsweise mit dem Sondervermögen. Und Herr Merz, das ist mein letzter Appell. Machen Sie deutlich, dass Sie an der Seite der Soldatinnen und Soldaten stehen. Machen Sie deutlich, dass Sie das, was in 16 Jahren geführt im Verteidigungsministerium, dass Sie bereit sind, diese Fehler zu korrigieren und mit der Ampel gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Bundeswehr ausstatten. Das wäre ein richtiges Signal aus der Union. Vielen Dank für das Suhr. Vielen Dank.